Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Guten Tag. Ja, wir starten noch einen Versuch, weil die andere Aufnahme ist abgeschmiert. Und ja, jetzt spielt man der Cera eine Runde und dann wieder ich und dann der Cera und dann wieder ich. Und halt immer so weiter. Wir machen jetzt Crew-Action auf dem Bauernhof. Wir quälen die Kühe so lange ab, bis sie sterben. Und am Ende gehen wir vielleicht nochmal in die Militärmails. Nein, die Aufnahme, ich nehme nur sechs Minuten auf hier. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben ein kleines little problem. Gibt's den Boden hier? Wo gibt's den Boden? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alter, ich habe ein Auto nehmen. Wenn ihr das seht, bitte nicht das an der Zeit. So seht ihr, wie mobile Kühe abgeschlachtet werden. Und sowas esst ihr zu Hause. Mit schön viel MG-Kugeln. Und vor allem mit Verstärkerwässer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Der Bauernverkopf ist vielleicht vielleicht wirklich noch. Ja, genau. Aber mit dem Bauern haben wir ja vorhin abgemorgen. Oh, das stimmt, ja. Aber da fahrt noch ein Bauern da. Naja, ich habe ja schon wieder zwei Bauern gezahlt. Jeden Bauern gehört eine Crew, weißt du. Genau. Oh, 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 oh. Guckoo. Schaut auch bei Little Thorn Guckoo da vorbei. So, wie gesagt, wir quillen jetzt die Guckoo. Der macht sehr gute Videos. So lange bis sie sterben. Und ja, auf jeden Fall wird es sehr gut sein. Übrigens heißt der... Wow, ich bin die hier zu ernst. Übrigens heißt derjenige, der gerade neben mir redet. Quatsch. Und so weiter halt. Herr Figgott. Äh, ja. Figgott. Figgott Rainer. Nein. Nein, nein. Der heißt Jeremy. Oder Chera. Okay, also wir quillen jetzt die Guckoo so lange bis sie sterben. Okay. Au, da ist die Skabit schon tot. Sie nicht. Hier, ich, ich, ich will... Nein. Die ist tot. Sie poppelt. Die ist tot. Ich weiß. Das sollte sie... Die troppen Geld. Ja, wir haben leider schon Sonntag und wir haben siebten Uhr. Zwölf. Und ich möchte gerne ein Auto klauen. Ja. Und dann fahren wir zum Militär Basis. Mein Handy kann es nicht so schnell aufnehmen. Kämpfer Seasen. Wo ist denn hier Dings? Boah, krass, ne? Weil die super Karre... Da vorne kommt ein Träger. U. L. E. I. S. S. Was ist das für ein Auto? Ich weiß, was das Auto ist. Ui. Ja, genau so eins. Mit verdunkeln. Ein braunes. Mit schwarzen Scheiben verdunkeln. Äh, fällt. Äh, umgedreht. Was ist das für ein Auto? Oh, Kuh. Eine Kuh! Da ist eine Kuh drauf. Der hat mich verscheust. Oh yes. Nein, hier. Oh, das ist schon. Das ist schon mal. Nein, das ist nicht.